Herzlich Willkommen zum DropFilm Talk, unserem heutigen Review von Ganze Kimbo. Ganze Kimbo ist ein Film, ein Actionfilm mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, was man so manchmal gar nicht denken mag, weil Daniel Radcliffe ist ja sehr, sehr bekannt für Harry Potter und da ordnet man ihn natürlich auch schnell gerne hin. Und in diesem Film geht er, sag ich mal, aus seinem üblichen oder beziehungsweise das, was man ihm zutraut, aus dieser Routine heraus und zeigt wieder mal etwas anderes und auch, dass er es kann. Wie er es zum Beispiel schon in Swiss Army mehr getan hat, wo er einen Toten gespielt hat, der für verschiedenste Dinge benutzt wurde, was unglaublich interessant war und unglaublich lustig war. Also auch ein sehr guter Film, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Guckt ihn euch an. Der Film wurde beim TIFF Festival im letzten Jahr, da hat er die Premiere gehabt und der Film ist von Jason Lee, Holden Howden und der hat damals schon, nämlich, da war es nämlich das Southwest Festival, wo er Deathgasm prämiert hat und das lief auch da sehr gut und man hat gemerkt, dass das auf jeden Fall der Regisseur da einiges bringen kann. Und das ist aber eher, wie gesagt, auch dieser Film, genauso wie die ganze Kimbo, ist eher was für diese Midnight Crowd, ja, für diese, sag ich mal, schon sehr spezielle oder sowas wie das Fantasy Film Festival, da ist das, denke ich mal, auch sehr interessant. Und deswegen denke ich auch, dass der Film solchen Fantasy Film Festival Gängern hier in Deutschland sehr gefallen könnte. Daniel Radcliffe spielt Miles in diesem Film und der ist ein Videogame-Developer und der tritt immer so ein bisschen an gegen die ganzen Trolls, die da so draußen sind und versucht dann natürlich in den Comments natürlich das alles auch raushängen zu lassen und da gerät er so ein bisschen in die, in die Fänge könnte man sagen, aber eine bestimmte Gruppe, die nennt sich Schism, wird auf ihn aufmerksam. Und diese Gruppe ist dafür da, die macht nämlich Livestreams von illegalen Deathmatches sozusagen. Das ist halt alles, wie gesagt, sehr in dieser Computerspiele-Richtung auch und ja, und da gibt es einen Chef, der nennt sich Richter, der gespielt wird von Ned Dennehy und der entscheidet sich halt dazu, Miles als Nächsten dazu zu zwingen, an diesem Teil mitzunehmen, also an diesem Spiel mitzuteilzunehmen, an diesem Todesspiel. Und das Ganze passiert nämlich so, dass er an beide Hände eine, also zwei Knarren bekommt sozusagen und das nennt sich auch, kommt aus den Martial Arts auch, Akimbo mit zwei Waffen zu kämpfen, ja, oder aus der Videospiele-Welt, das ist ja auch, also auf jeden Fall, dass diese beiden Waffen in beiden, also in beiden Waffen eine Hand ist. Ne, andersrum. In beiden Händen eine Waffe, so. So, genau. Und jedenfalls findet das so statt und er muss gegen die beste Teilnehmerin oder beziehungsweise die im Auftrag von Schism sozusagen handelt und ihn finden muss oder beziehungsweise gegen ihn antreten muss, ist Nix und die wird gespielt von Samara Weaving, die sich ja mehrfach schon bewiesen hat, dass sie es auf jeden Fall kann, solche Action-Leading-Roles zu machen und das ist auch wirklich sehr cool. Sie war in Ready or Not, Mayhem oder The Babysitter, wo sie das wirklich echt gezeigt hat, dass sie es wirklich drauf hat. Und ich mag Samara Weaving wirklich auch gerne und auch in Hollywood, in der neuen Netflix-Serie, zeigt sie wirklich, dass sie schauspielen kann und dass sie auch wirklich facettenreich ist und auch anders sein kann und das mag ich wirklich sehr gerne an ihr und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, sie hier zu sehen und sie zeigt das auch wirklich sehr gut. Der Film ist, wie gesagt, am Anfang wirklich sehr ruhig, wir lernen ein bisschen Miles kennen und so weiter und so fort und diese ganze Grundlage und das ist auch ganz cool gemacht und dann geht er auch, sobald er die Knarren an der Hand hat, sozusagen geht die Action einfach los. Es ist ein sehr, sehr bunter, knalliger Film, weil Stefan Ciupec, Ciupec, der hat das Camerawork gemacht und die Cinematografie und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und auch von ihm das Lighting sehr geil gemacht. Das passt alles wirklich sehr gut und das erinnert wirklich mit dem Soundtrack, der von Enes Ratikow, glaube ich, oder sowas in der Art war das damals oder nicht damals, aber war das, der hat das Ganze, der hat diesen Soundtrack zusammengestellt und das ist ein Deutscher, glaube ich, der kommt auch aus Babelsberg oder auf jeden Fall Berlin hier und der hat da auf jeden Fall dran mitgearbeitet und der Soundtrack passt wirklich sehr gut dazu. Es ist sehr facettenreich und wir haben auch sehr viel solche Sachen wie, dass es sich halt durch den Soundtrack anfühlt wie ein Musikvideo, vor allem durch diese knalligen Lichter und Farben und die Kameraführung, die sehr, sehr dynamisch ist, macht das wirklich ganz sehr interessant und wir gehen wirklich von Action Piece zu Action Piece zu Action Piece. Also es geht ein bisschen in die Richtung wie Extraction, sag ich mal, bloß bunter und Sci-Fi-lastiger könnte man sagen und der Film versucht auch wirklich diese ganzen Konzepte, die dahinter stehen, ins Auge zu nehmen oder das, also diese illegale Welt beziehungsweise das, was so im Internet passiert, dieses Trolling, Cyberbullying und so weiter und so fort und das ist wirklich ganz interessant. Vor allem halt, da wir ja in einer Zeit leben, wo es so viele Reality-Shows gibt, die Dinge machen und die vielleicht auch fragwürdig sind in gewisser Weise, da trifft das natürlich irgendwie schon den Zahn der Zeit und das ist sehr interessant umgesetzt. Und man kann natürlich hoffen oder beziehungsweise man hofft oder man weiß ja, dass es sowas gerade nicht gibt oder beziehungsweise diese Schism-Sache und das ist wirklich auch ganz gut. Aber wir leben natürlich, wie gesagt, in einer Welt, wo halt so viele Reality-Shows existieren, vor allem halt diese Competition-Shows und dass wir die ganze Zeit natürlich auch immer diese, beziehungsweise anders am Computer hängen, was ihr natürlich jetzt auch macht, um euch das anzuhören, worüber es geht und natürlich auch unsere Telefone die ganze Zeit am Start haben. Und das zeigt schon, dass dieser Film natürlich auch im Nachhinein die Message, die er versucht hat, beziehungsweise das Grundlegende, das dieser Film macht, weiterzuführen, auch nachdem der Film zu Ende ist. Und das ist ganz gut gelungen, dass man da wirklich nochmal drüber nachdenkt und über diese Art und Weise. Und man kann das natürlich auch im Kontext nutzen, um dann nochmal vielleicht auf gewisse Themen, die im Film angesprochen werden, für die Gesellschaft nochmal runterzubrechen beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen. Und das ist wirklich, wie gesagt, gut gelungen. Ich habe Spaß gehabt an diesem Film. Ich glaube ein bisschen mehr als Extraction, weil Extraction habe ich mich halt, wie gesagt, zu sehr an andere Filme erinnert gefühlt. Und von daher gebe ich dem Film aber trotzdem nur 6,5 von 10 Punkten, weil es einfach nur Action, Action, die Spaß macht oder mehr Spaß macht als bei Extraction. Aber insgesamt fehlt dem Film natürlich noch ein bisschen was an Story beziehungsweise hätte man in manche Richtung definitiv mehr ausprägen können, wie zum Beispiel hätte ich gerne mehr was über dieses, beziehungsweise die Motive der Bösewichte sozusagen in dem Fall kennengelernt. Aber es ist wie es ist, wie gesagt, insgesamt war es unterhaltsam und auf jeden Fall so ein Midnight-Movie-Spaß, den man sich gönnen kann, wenn das Kino dann wieder aufmacht. Also, wenn der Film dann rauskommt oder ihr euch den auf Video on Demand angeguckt habt, dann nennt mal bitte oder sagt mir, wie ihr es gefunden habt in den Kommentaren und ich freue mich natürlich auf den nächsten Film. Macht's gut!